Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer CryptoDennis mit einem ganz kurzen Bitcoin-Update. Heute ist der 16.06.2021 und wie gesagt, es geht hier heute nur um Bitcoin und danach geht es um den WaveReader, das Forschungsprojekt der Bull vs. Bears Academy. So, und heute habe ich ein schönes neues Pattern für euch über Bitcoin gefunden, was uns wieder ein bisschen bärbiger stimmen wird, ja, das werdet ihr dann sehen. Bleibt dran, es lohnt sich! Bleibt dran, es lohnt sich! So, hier sind wir bei Bitcoin, ja, und hier seht ihr das auch schon, ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner, das hier in weiß ist eine mögliche WolfWave, ja, eine WolfWave ist im Prinzip nichts anderes wie ein Rising Wedge, jedoch hat die WolfWave einen Überschuss, ja, und der Überschuss hier ist dieser, dieser blaue Bereich. Wie genau das Ganze funktioniert, wenn ihr das wissen wollt, dann join einfach unsere Academy-Infos bekommt ihr bei Kevin oder bei mir in Telegram, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, diese WolfWave, ja, ja, die WolfWave hat fünf Punkte, sorry, ich bin ein bisschen gestört worden, ja, das zeige ich euch mal ganz kurz hier, dann haben wir hier den ersten Punkt, den zweiten Punkt, den dritten Punkt, den vierten Punkt, hier den fünften Punkt und dann, ja, geht es entweder noch in den Überschuss, ja, oder es geht dann hier runter, wobei die fünf ist ja das Ende im Prinzip der Bewegung nach oben, ja, und so wie es aussieht, hat er das im Moment gemacht, aber man kann sich nie sicher sein, ja, weil eine WolfWave kann wirklich das alles hier ausreizen bis da oben hin, ja, im Moment sieht aber das Ganze, wie gesagt, immer noch perisch aus, meiner Meinung nach, ich habe euch gesagt, der grüne Balken hier, wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, ist sehr, sehr signifikant. Und des Weiteren, da kommen wir gleich dazu, sind wir von dem Mandli Pivot abgeprallt, das ist auch ein sehr bearisches Zeichen, ja, und hier vor mir gerade, wie gesagt, die zu WolfWave, die hat ein Mindesttarget von dieser Linie, ja, die, wo, da wird die 1 mit der 4 verbunden, dann hat mir hier das Mindesttarget, natürlich kommt es darauf an, wo er rausgeht und wo er hier unten natürlich drauf trifft, das kann ich euch natürlich nett sagen, ich habe jetzt einfach mal den Fall hierhin gemacht, ähm, wann geht man Short, ja, es gibt Leute, die gehen ein bisschen, das ist ein bisschen risikobehaftet, die bauen sich hier eine Short in diesem Überschuss hier auf, ja, und es gibt, ähm, ja, wie bei Eingespannung Weiß und Wedge, bei Verlassen dieser Trendlinie hier geht man dann eine Short ein, ja, und wenn man das hier, wenn man das hier zum Beispiel macht, äh, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ein Prozent es etwa wären, je nachdem, wo er rausfällt, ja, da unten hin, wären es hier 13 Prozent, und die Leute, wo hier oben, ich sage mal, schon Short gegangen sind, ja, die haben hier die 18,5 Prozent, ja, da ist dann die erste Order wahrscheinlich abgeholt worden, also, äh, das wäre jetzt hier mindestens möglich, wie gesagt, wenn es eine WolfWave ist, ähm, äh, leider ist diese, äh, exotische, äh, dieses exotische Pattern, war eigentlich immer ein Garant dafür, vor allem im Forex-Markt, aber auch bei dem Kryptomarkt immer, in den letzten Monaten ist diese leider nicht immer so aufgegangen, wie es sein sollte, ja, muss man dazu sagen, deswegen soll man das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber da wir jetzt meiner Meinung nach nicht mehr in einem fetten Bulbern sind, ja, ja, sondern irgendwie zwischendrin kann man, hat man hier wieder die Chance, hier richtig Kohle zu machen mit dem Pattern, ja, und, äh, wie gesagt, sicher ist, oder sicher gibt es ja nicht, aber sicherer ist, wenn es hier den weißen, äh, diese weiße Trendlinie verlässt, ja, ich mache jetzt mal ein Preislevel hin, je nachdem, wo er ausbricht, ja, sind wir hier bei 38.250 in etwa hier, und da unten habe ich jetzt genau zum Pfeil hin die 33.285, merkt euch mal bitte die Zahl in etwa, ja, und das wäre so jetzt mein Pattern, wo ich den Moment sehe, jetzt gehen wir ganz kurz zu den CPS, so, hier sind wir etwa am Mantle Pivot abgeprallt, das wäre in etwa hier, hat es nicht ganz hoch geschafft, aber ihr wisst ja, wie es ist, genauso bei den Pivot, er muss dann immer das Ding perfekt erreichen, und ich sagte auch, dass er so über 90% hier dieses Weekly CPR hier holt, ja, und der hat es eigentlich fast geholt, noch nicht ganz, ich gehe davon aus, dass er das Pattern ausspielt, ja, und dann haben wir hier die 33.500 in etwa, was haben wir hier als Ziel, genau, etwa die 33.300, ja, das würde eigentlich perfekt passen, das heißt nicht, dass hier Schluss ist, ja, versteht mich schon falsch, aber das wäre jetzt erstmal das erste Target von dieser möglichen Wolf Wave, ja, und, äh, das habt ihr jetzt, wir gehen ganz kurz zu den EMAs, ja, und dann war es das schon für Bitcoin, ja, ich will das Ding so schnell wie möglich hochladen, äh, zu den EMAs, gucken wir uns das mal an, im Daily, da sieht es, ähm, ja, ähm, ihr seht, er ist hier zweieinhalbmal von der EMA 200 hier in Lilla abgeprallt, er hat es da nicht geschafft, er hat es hier nicht geschafft, äh, und da hat er es wohl das versorgen, hat es nicht mal hochgekommen, natürlich muss man hier sagen, dass er hier von der EMA 21 erstmal abgeprallt ist hier, ja, aber wenn sich das Pattern hier bewahrheitet, dann wird es jetzt demnächst kein großes Problem sein, meiner Meinung nach, ja, das kann auch, wie gesagt, nur ein V-Tester 200 sein, bevor es dann weiter nach unten geht. Ja, ähm, so, das war es eigentlich schon, ich will es wirklich ganz kurz halten, kommen wir ganz kurz zu unserem Wavereader, ja, das wäre dann der nächste Teil, boop, 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 wo bist du? Aber bevor wir da hingehen, ähm, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr hier in den Telegram joinen könnt hier, ja, ähm, egal um was es geht, Diskussionen, Austausch oder wenn ihr Fragen auch zur, zur Akademie habt oder zum Wavereader habt, ja, ist meine Telegram-Gruppe Content Only, ja, je nach Support werde ich da meine, ähm, meine Schritte reinposten, ja, ähm, dann haben wir hier noch Bybit und Femex, wo ich, wo ich, äh, eigentlich zu 95% darüber trade, bin sehr zufrieden, sehr stabil, kann es nur weiterempfehlen, das Ganze, wenn man hebeln möchte, wie gesagt, ist alles mit Risiko verbunden, meldet euch über unsere Links an, ja, ihr tut uns natürlich unterstützen und den Kanal unterstützen, denn das ist ja alles free für euch, da gibt es im Moment noch einen Bonus von insgesamt 1710 Dollar, so, jetzt kommen wir kurz zum Wavereader. So, einige haben mich gefragt, ähm, was der Wavereader eigentlich ist, wie man ihn tradet, wie man ihn tradet, äh, zeige ich euch jetzt ganz kurz, ausführlicher, tue ich euch jetzt gleich ein Video oben einblenden, ja, nämlich genau jetzt hoffentlich, und, ja, hier sind wir jetzt zum Beispiel Ethereum, ja, im 1-Stunden-Chart, es sind mehrere Timeframes natürlich möglich, ich habe jetzt hier den 1-Stunden-Chart rausgeholt, der Wavereader funktioniert überall, bei allen Kryptos, bei Forex, heißt bei DAX, Dow Jones, überall, ja, bei All Asset, aber hier sind wir jetzt bei Ethereum und da seht ihr zum Beispiel hier eine bearish-Phase, hier wird es rot und hier gehen wir mit einer Short rein, ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, sind die linke Punkte entweder ein Stop-Loss zu setzen, äh, ein Stop-Loss zu setzen, dahin, beziehungsweise Profite zu nehmen oder komplett Take Profit zu nehmen, ja, das bleibt natürlich auch euch überlassen, wie euer Risk-Management ist, ja, wir helfen euch natürlich dabei, falls ihr euch für das Produkt, beziehungsweise für die Bulls-Bass-Akademie als Verein dann, ähm, entscheiden würdet, dann haben wir hier zum Beispiel einen roten Punkt, das wäre die nächste Short-Anstieg oder die Vergrößerung des Shorts, je nachdem, ja, und dann haben wir natürlich hier einen fetten Abverkauf und direkt und fast, fast unten, ja, haben wir hier dann den lilanen Punkt und, äh, ja, da hätte man dann, wie gesagt, einen Stop-Loss setzen können oder halt wirklich T-Profit nehmen können und dann gucken wir uns gerade mal an, was das für eine Bewegung insgesamt ist von hier oben, gehen wir mal aus, ja, das wäre eine 100%-Bewegung von knapp 50%, natürlich hätte man den Peak-Mini genauso erreicht, ja, und wenn man jetzt mal realistisch ist, ob es jetzt 30% sind, 35%, 40%, damit hingestellt, aber das ist auf jeden Fall eine geile Sache hier im Stunden-Time-Frame, ja, so, dann haben wir hier zum Beispiel eine Long, die ist natürlich nicht so abgiebig, kommt, das ist natürlich klar, ja, aber, ähm, sie hätte trotzdem Gewinn abgeworfen, genauso wie dieser Short hier Gewinn abgeworfen hätte und hier auch diese Long wieder, ihr seht es ja, ja, also das Ding ist schon, schon klasse, hier ist jetzt nur ein minimalen Gewinn oder 0 auf 0 wäre jetzt hier rausgekommen, ja, und im Moment sind wir hier in einer, es wären wir hier in einer Short reingekommen, ja, ähm, also das Ding ist wirklich eine geile Sache, ich, ich selber nutze das Ding natürlich auch und, äh, kann es, äh, als, äh, ja, Instrument, äh, sehr weiterempfehlen, wie gesagt, wenn ihr Bock habt da drauf, kontaktiert Kevin oder mich im, äh, in Telegram, wie gesagt, in der Beschreibung und findet ihr den Telegram-Link. So, das war's für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn das Video sehr kurz war, aber ich denke, es, äh, es reicht auch für heute, ja. Ich wünsche euch schon einen schönen Abend, ähm, ich gucke jetzt weiter Fußball und bis hoffentlich morgen. Euer Grupp-Train ist von der Bull vs. Bass, Bull vs. Bass Academy. Ciao.